Let's go! Action am Power Day am Samstag im Sportrock Zwillisau. Nicht nur für Männer, sogar noch mehr Frauen haben Power gezeigt. Der Power Day im Sportrock, sprichwörtlich eine starke Sache. Vom Fitness, Dursi Mahler. Ja, wir haben hier verschiedene Kursen. Wir haben von Bikegruppen, die in der Natur biken, von einem Group Fitness Marathon, die Zumba, Bodypump, Pilates machen, bis zum Crossfit draussen auf dem Parkplatz, die wirklich verschiedene Übungen machen, die Pneu und Klimmzüge machen. Und dann haben wir noch eine Rückenschulung, für die Leute, die eher rückengerecht arbeiten, mit zwei Physiotherapeuten, die geschult haben. Und wir sind bereit für den Winter. Also, die Leute können kommen. Aufdrücken. Während dem Dani Häusler Instruktionen gibt, schauen wir bei den anderen Besten vorbei. Michael Graber, ein Schwinger. Wieso macht er Rückentraining? Vor einem Jahr habe ich extrem Rückenprobleme bekommen. Die Ärzte haben mir auch gesagt, mit Schwingen und so, das wird auch nicht mehr. Ich bin hier durch den Häusler Dani zu dieser Physiotherapie Kreuzhof gekommen. Und habe mit denen über den Winter gearbeitet, die Frühlinge auch, hier im Fitness. Und habe diesen Rücken gestärkt. Ich konnte mich auch für das eidgenössische qualifizieren. Und für jeden, der ein bisschen Rücken weh hat, oder als Ausgleich, auch wenn jemand im Büro ist und sich nicht viel bewegt, ist das sicher gut. Regula Schneider Physiotherapie Kreuzhof, die arbeiten mit dem Sportrock zusammen. Das ist genau das, was eigentlich jetzt plus ist. Man kann eine Therapie, wo man die Beweglichkeit verbessern kann. Man kann eine Massage, was einem für das Wohlbefinden gut tut. Und es hat Angebote für, wie gesagt, vom Nichtsportler oder vom verletzten Sportler bis zum Spitzensportler. Und zum Schluss da kann man noch ins Wellness und sich auch noch etwas Gutes tun oder sich unten nicht verköstigen. Hier liegt es aber auch von Entspannung. Keine Spur. Im Gegenteil. Hier geht es um Gruppenkurs. Fit werden. Ganzkörpertraining. Wir haben verschiedene Angebote. Ich habe jetzt CXWorks unterrichtet. Das ist ein 30 Minuten Rumpftraining, wo wir wirklich in der Rumpfkraft arbeiten. Start, runter. Fühlt 90 Grad. Jawohl. Ohrenlos. 24. 25. 25. 25. 25. 45 Sekunden. Der Krigo ist fleissig am 12. Der andere Krigo auch. 27. 50. Komm, ich noch 10 Sekunden. 59 und 60. Jawohl. Bravo. Sehr gut. Ich habe ihn rein. Auf Bust. Du bist speziell. Ich habe ihn mit dem Voto. Ich habe ihn mit dem Voto. Ich habe ihn mit dem Voto. Ich habe ihn mit dem voto.